Hallo, heute wollte ich euch mal ein nagelneues Lied vom Lila Lindwurm präsentieren und zwar Affenstarke Kinder. Da habe ich den Text mit der Martina Flemming zusammengeschrieben, die einen Kurs macht zur Stärkung von Kindern, der dann auch Affenstarke Kinder heißt, also wenn ihr da mal ein paar Informationen braucht, unter www.affenstarkekinder.de findet ihr da ganz viel von der Martina und die hat mich gefragt, ob ich da ein Lied zumachen kann, das heißt den Text haben wir jetzt zusammengeschrieben, die Melodie habe ich gemacht, das ist also die neue Single, die es digital gibt auf allen Streaming- und Downloadportalen und da könnt ihr das Lied dann auch noch mal in Fertig produziert hören und hier spiele ich euch das jetzt einmal vor und erkläre euch nachher, wie es auf der Gitarre zu spielen ist. Affenstarke Kinder Affenstarke Kinder Affenstarke Kinder, clever und schlau, gemeinsam sind wir stark, das wissen wir genau, Richtig und wichtig, genau so sind wir, Affenstarke Kinder, vertrauen ihrem Gespür. Mein Körper gehört mir, das sind Affenstarke Kinder, so ist das auch bei dir, das sind Affenstarke Kinder, bis hierhin und nicht mehr, sagen Affenstarke Kinder, mein Körper der gehört mir ganz allein. Meine Gefühle, die sind wichtig, wissen Affenstarke Kinder, gut und schlecht ist beides richtig, wissen Affenstarke Kinder, das ist alles wunderbar, sagen Affenstarke Kinder, Gefühle sind für mich ein echter Gewinn. Affenstarke Kinder, clever und schlau, gemeinsam sind wir stark, das wissen wir genau, Richtig und wichtig, genau so sind wir, Affenstarke Kinder, vertrauen ihrem Gespür. Manches Geheimnis drückt im Bauch, wissen Affenstarke Kinder, doch Schöne gibt es auch, wissen Affenstarke Kinder, tut mir ein geheimnis Weg, wissen Affenstarke Kinder, dann hol ich mir Hilfe und alles wird gut. Nein, darf ich sagen, wissen Affenstarke Kinder, gibt mir was schwer im Magen, wissen Affenstarke Kinder, wenn ich etwas nicht will, sagen Affenstarke Kinder, nein und das ist wunderbar. Affenstarke Kinder, clever und schlau, gemeinsam sind wir stark, das wissen wir genau, richtig und wichtig, genau so sind wir, Affenstarke Kinder, vertrauen ihrem Gespür. Ein Problem kann schon mal sein, wissen Affenstarke Kinder, doch ich bin dann nicht allein, wissen Affenstarke Kinder, ich darf um Hilfe bitten, wissen Affenstarke Kinder, gemeinsam sind wir stark, das ist doch klar. Ich dampf mich auf mein Wehr, wissen Affenstarke Kinder, kann ich's nicht anders klären, wissen Affenstarke Kinder, ist etwas nicht richtig, wissen Affenstarke Kinder, bin ich mutig und stark und geb niemals auf. Affenstarke Kinder, clever und schlau, gemeinsam sind wir stark, das wissen wir genau, richtig und wichtig, genau so sind wir, Affenstarke Kinder, vertrauen ihrem Gespür. So, dann erkläre ich jetzt erstmal die Griffe. Ich fange mal mit dem Refrain an, der geht so, dann kommt G-Dur, C-Dur, A-Moll, D-Dur, G-Dur, G-Dur, H-Moll, A-Moll, D-7, dann kommt G-Dur, C-Dur, A-Moll, D-Dur, G-Dur, C-Dur, D-Dur, 7, wenn ihr möchtet, oder D-Dur, G. Okay, also ich sing's mal und dann kommen die Griffe drüber. Affenstarke Kinder, clever und schlau, gemeinsam sind wir stark, das wissen wir genau, richtig und wichtig, genau so sind wir, Affenstarke Kinder, vertrauen ihrem Gespür. Und dann kommen die Strophen, das sind sechs Strophen, weil es da auch sechs Kursteile gibt. Wir haben hier mal zwei Strophen zusammengefasst und dann kommt wieder ein Refrain. Die Strophen gehen von den Griffen so. G-Dur, E-Moll, A-Moll, D-Dur, G-Dur, E-Moll, A-Moll, D-Dur, G-Dur, E-Moll, A-D-Dur, G-Dur, C-Dur, D-Dur, 7, G. Ja, statt dem Sept-Akkord könnt ihr immer auch den normalen Dur-Akkord spielen, obwohl der Sept-Akkord da ein bisschen besser klingt. Ich spiel's jetzt nochmal und wir schreiben die Griffe drüber mit der ersten Strophe. Mein Körper gehört mir, wissen affenstarke Kinder, so ist das auch bei dir, wissen affenstarke Kinder, bis hierhin und nicht mehr, sagen affenstarke Kinder, mein Körper, der gehört mir ganz allein. So, und ich hab jetzt bei der Liedbegleitung in der rechten Hand immer gespielt. Eins, zwei, te. Also, eins, zwei, und. Aber das und geschaffelt, also ein bisschen länger. Da, 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 da. Also einmal runter. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Denkt nicht an geschaffelt, spielt es einfach, fühlt es. Und ich habe jetzt nur im Unterschied zu dieser Begleitung, habe ich zwischendurch einfach mal einen sogenannten Ghost-Schlag gemacht. Das könnt ihr machen, wenn ihr wollt, oder ihr spielt einfach durch. Und die letzten Begleitung, die sind dann lang, kurz, lang, kurz. Drum, dumm, da, dumm, dumm, da, dumm, dumm, da, dumm, da. Runter, runter, rauf, runter, runter, rauf, rund. So klingt das dann mit der Hand auf die Seiten geschlagen rechts. Das gibt immer einen schönen Effekt. Müsst ihr aber nicht machen. Ihr könnt es auch ganz einfach durchschrummeln. Das klingt auch schön. So, ich hänge euch noch mal den Text und die Griffe hinten an. Da könnt ihr noch mal reingucken. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen von Affenstarke Kinder. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen von Affenstarke Kinder.